Ganz herzlichen Dank, liebe Ulrike, für die besonders freundliche Einführung. Aber ganz herzlichen Dank an das Kolleg insgesamt, an alle, an das Direktorium, an diejenigen, die das Kolleg am Laufen halten, an meine Mitfellows. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich die Möglichkeit habe, hier im Kreise des Kollegs forschen zu können. Das kommt mir sehr gelegen und ich weiß das sehr zu schätzen. Also sehr vielen Dank dafür. Das erleichtert mir auf der anderen Seite nämlich auch eine weitere Strategie zu verfolgen, nämlich die griechische Geschichte weiter in Diskussionszusammenhänge hineinzuschreiben und einzubringen in Kontexte, in denen sie vielleicht nicht unmittelbar an erster Stelle steht, wiewohl sie doch so ganz weit vorne stehen sollte. Gerade gegenüber der starken römischen rechtshistorischen Tradition ist es mir also insofern auch ein besonderes Anliegen, die griechische Geschichte und das griechische Recht hier zum Sprechen zu bringen. Besonders erfreulich, wenn ich in den Hörsaal blicke, sehr viele Studierende hier, die die kritischsten Beobachter dessen, was wir tun. Auch an Sie allen herzliches Willkommen und danke, dass Sie hier sind heute und sich an dem Gespräch mit beteiligen. Das Gespräch ist tatsächlich das, was der Begriff sagt. Es ist so etwas wie ein Werkstattbericht, ein Work-in-Progress-Bericht, der heute am 17.11. also mit meinem Vortrag beginnt und sich über das laufende Semester entfalten soll. Mit anderen Worten, ich stehe am Beginn meiner Arbeiten am Projekt und nicht am Ende. Mit anderen Worten, ich berichte kein fertiges Projekt über die Ergebnisse eines Projektes, sondern ich gebe Ihnen Einblicke in die Prozesse, wie ich sie in den nächsten Wochen und Monaten über den Verlauf dieses Semesters mit verschiedenen Partnerinnen und Partnern gestalten möchte. Meine Hauptpartnerin in diesem Unterfangen ist Frau Kaya Harter-Uibopu aus Hamburg, die im nächsten Schritt, ich will das jetzt schon ankündigen, am 25. Januar eine Fellow Lecture oder eine Lecture in diesem Kreise hier erhalten wird, bevor wir gemeinsam, Frau Harter und ich, am 23. und 24. Februar ein internationales Kolloquium hier in Münster erneut im E4-Rahmen natürlich abhalten und dann auch in den Räumlichkeiten von E4 das tun und uns darauf besonders freuen und von dort aus dann hoffentlich zu einer Publikation der Ergebnisse springen können. Aus dieser Dynamik des Arbeits- und Vorstellungsplans ergibt sich auch, dass ich heute Abend auf Deutsch spreche. Frau Harter wird ebenfalls auf Deutsch sprechen, während wir dann im internationalen Kolloquium alle auf Englisch sprechen. Ich habe allerdings, please bear with me, if you find the German language a little bit awkward to follow, I do have an English PowerPoint throughout, which should actually allow you to follow, if at all. You're much appreciated. You're welcome. Thank you very much. Damit zurück und zur eigentlichen Sache und zum eigentlichen Ausgangsproblem, das den allermeisten von Ihnen ja doch bekannt sein wird. Die Ausgangsbeobachtung, dass es so etwas wie ein griechisches Recht nur als schwierigen Sammel- und Konzept- und Ordnungsbegriff gibt. Weder hat das sogenannte griechische Recht eine konzeptionelle noch eine systematische Einheit, noch gab es überhaupt Bestrebungen in der Antike, an die Stelle von Rechtsvielfalt eine gemeinsame gesamtgriechische Rechtseinheit zu setzen. Weder von politischen Akteuren noch von Juristen, die es übrigens auch nicht gegeben hat. Stattdessen eine besonders starke politische Verquickung von Rechtsordnung auf der einen Seite und politischer Ordnung auf der anderen Seite, was ja auch seine besondere Bedeutung in der Rolle der Volksgerichte allenthalben entsprechend im Ausdruck fand. Das Recht orientierte sich in Griechenland, orientierte sich im antiken Griechenland vor allem an den lokalen Lebenshorizonten der Stadt. Punkt. Diese Grundbeobachtung stellt freilich nicht in Abrede, dass es so etwas wie ein griechisches Recht gegeben hat. Natürlich hat es ein griechisches Recht gegeben und schon vor beinahe 20 Jahren haben Ed Harris und Lene Rubinstein die wichtige Unterscheidung zwischen Diskussion über epistemische Rechtseinheit einerseits und gelebte Rechtswelten im antiken Griechenland andererseits getroffen und entsprechend formuliert. The concept of Greek law has been out of fashion, but this should not stop us from asking if the Greeks themselves regarded certain legal practices and ideas as part of their common cultural heritage or common heritage, wie es hier heißt. Die Debatte ist, zur Einheit und Vielfalt im Recht, ist in Griechenland und über Griechenland seither nicht so richtig weitergekommen. Ich komme dem gleich nochmal, spüre dem gleich nochmal nach. Die wissenschaftliche Debatte ist relativ, verläuft relativ langsam. Was allerdings passiert ist in den letzten Jahren, das ist eine ganz andere Debatte, die ins Rollen gekommen ist und eine, mit der sich auch ganz grundsätzliche neue Impulse für unseren Zugang zur griechischen Geschichte und Kultur ergeben. Die Debatte also nach der Einheit und Vielfalt oder Vielheit griechischer Geschichte und Geschichten, griechischer Kultur insgesamt. Denn die überwältigende Forschungswende hin zu Vernetzung und Konnektivität und Globalität in der Antike, in der griechischen Geschichte vor allen Dingen mit dem Namen Irat Malkin verbunden und mit der von ihm entfesselten Debatte zu den integrierten Welten. Integrierten Welten, die sich dadurch auszeichnen, dass Menschen überall im mediterranen Raum alles über alle am besten noch in Echtzeit wussten und deshalb ihre Welt maßgeblich von Vernetzungsbedingungen geprägt war. All diese Feststellungen und Debatten, von denen wir so viel gelernt haben, ohne jeden Zweifel, all diese Debatten haben eine Gegenbewegung ausgelöst, eine sogenannte lokale Wendung. Und ich verweise nur im Verlauf hier auf einen Band, den Ulrike Ludwig schon angesprochen hat und einen weiteren, der jetzt gerade eben kommt, die genau in diese Debatte hinein grätschen wollen, also in die Frage und die Frage aufnehmen wollen, wie die lokalen Welten Geschichte, Religion, Politik und Kultur der Griechen bestimmten. Uwe Walter hat im Übrigen, wie ich heute Morgen durch Zufall festgestellt hatte, heute vor genau einem Jahr in der FAZ provokant gefragt, was ist eigentlich griechische Geschichte? Und er geht damit genau auf diese Leitfrage ein, was soll griechische Geschichte sein? Griechisches Recht wäre dabei nur eine untergeordnete Frage. Der Zusammenhang greift viel tiefer. Was ist eigentlich griechische Geschichte? Wobei sein Beitrag seinerzeit das Thema des letzten Historikertages aufgegriffen hatte, wo wir gemeinsam eine Sektion genau zu diesem Thema gemacht haben. Also was ist eigentlich griechische Geschichte? Wie sprechen wir darüber? Über die lokale Wende gewinnt also auch die Diskussion lokaler Rechtsräume und ihr Verhältnis oder ihr Beitrag zu einem übergeordneten griechischen Recht ganz neu an Fahrt. Ich habe gerade eben auf die Forschungsdebatte hingewiesen. Handbuch über Handbuch und glücklicherweise konnte ich im Kolleg mir da schnell manches greifen und entsprechend mich orientieren, was auch in den jüngeren Handbüchern da zum Thema formuliert ist. Handbuch über Handbuch verweist natürlich auf die Positionen von Ludwig Mithais und Moses Finlay, die sich gewissermaßen zu einer zeitversetzten Debatte zugespitzt haben. Mithais als Archägeid der deutschsprachigen juristischen Paprologie hat im Ende des 19. zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit Nachdruck propagiert, dass die griechischen Rechtsordnungen auf Zitat gleichen juristischen Anschauungen, Zitat Ende, beruhten. Das ist im Wesentlichen das Bild im 20. Jahrhundert in der Forschung, zumindest in der deutschsprachigen Forschung gewesen. Mithais sehr stark die gemeinsame Tradition betont. Finlay dagegen 1951 zuerst in der Rezension zu Pringsheim's Greek Law of Sale und dann später in verschiedenen Aufsätzen ein dezidiertes Widerwort dazu I cannot see any single common basic conception at all, sagte Finlay und hat damit im Prinzip die maximal mögliche Gegenposition zum Mithais bezogen. Beide Positionen sind heute, 2022, vor allem wissenschaftsgeschichtlich interessant. Mithais mit seiner berühmten Trennung zwischen Reichs- und Volksrecht basierte auf einer entwaffnend einfachen Hierarchie zwischen römischer Führungsnation auf der einen Seite und dem Rest der Welt auf der anderen Seite. Okay, Finlay's Fokussierung, ja, Obsession gewissermaßen mit Athen und die Rolle, die Athen in seinem Rechtsdenken spielt, verstellt den Blick auf das, was in den Generationen nach Finlay allenthalben in der alten Geschichte geleistet wurde und der Blick auf die griechische Geschichte sehr viel komplizierter geworden ist. Michael Gagarin hat die Debatte 2005 geordnet für die allermeisten von uns und dabei hat Gagarin noch 2005 moniert, dass die Vertreter der Einheitstendenz, Mithais, Einheitstendenz, und dazu zählt sich auch Gagarin selber, dass die Vertreter dieser Einheitstendenz, wenn sie denn aus Europa kommen, vor allen Dingen einem paprologisch trainierten Lager angehörten, dass er, so wie Mithais, einst selbst stark von seiner Kenntnis des römischen Rechts zehrt. Während die Nordamerika, so Gagarin, nach wie vor ein starker Athenozentrismus in der Debatte vorherrschen würde. Interessant, wie die Traditionen von Mithais und Finlay da immer noch nachwirken, in vielem anscheinend, obwohl gleichzeitig in der Forschung so viel anderes geleistet wurde. Die Antwort auf Mithais, Entschuldigung, auf Gagarin kam im übrigen prompt von Gerhard Thür, der die Vermögensverhältnisse und das Erbrecht in Athen und das, was er seinerzeit die dorische Staatenwelt genannt hat, so grundverschieden eingeschätzt hat, dass er so eine Zwischenposition zwischen Einheit und Vielfalt bezogen hat, die sich deutlich von Gagarin absetzen würde. Was ich erkennen kann, ich erspare mir die Verzweigung in der weiteren Debatte, was ich deutlich erkennen kann, ist so ein operationaler Konsens, der entsteht. Also, dass es keine Einheit des materiellen Rechts gegeben hat, ist völlig klar. Auf der anderen Seite hat es offensichtlich gemeinsame Verfahrensweisen und Handlungsmuster gegeben, etwa die hohe Bedeutung von Mündlichkeit korrelierend mit einem nur gering ausgeprägten Maß an formalen Verfahrensweisen, allenthalben die Abwesenheit eines gemeinsamen Kanons, beziehungsweise die Abwesenheit von Codes. In der Fachliteratur ist eine Debatte darüber entschieden, was überhaupt ein Code sein soll und wie man sich einen griechischen Code vorstellen kann, das kann man sich gut ausmalen. Die gemeinsamen politischen Grundlagen in der Organisation des Rechts, vor allen Dingen die starke Rolle des Bürgerrechts, das ja überall, trotz aller lokalen Unterschiede, die gemeinsamen Grundverständnisse von Recht und Politik lenkt. Wie kommt es aber überhaupt zu Einheit und Vielfalt im antiken Griechenland und wie verstehen wir das? Für Gagarin ist der Fall klar, Gagarin konstatiert das, was er eine Procedural Unity nennt, ab der archaischen Zeit, die sieht er in einer deutlichen Verdichtung über die nächsten zwei Jahrhunderte, bevor sie dann in der hellenistischen Zeit, wie er sagt, eine völlig neue Substanz gewinnt. Für Gerhard Thür ergeben sich die unterschiedlichen Szenarien als Entwicklungen einer gemeinsamen Grundlage. Eine Grundlage, die er im homerischen Recht angelegt sieht. Das homerische Modell war der gemeinsame Ausgangspunkt der unterschiedlichen Ausformungen des Prozesses in den späteren griechischen Polleis. Homer, die berühmte Schildbeschreibung im 18. Gesang der Ilias, Sie sehen hier eine fantasievolle, moderne Rekonstruktion des Bildprogramms. Die entscheidende Stelle ist für Sie rot eingerahmt. Ich hoffe, Sie können es einigermaßen erkennen. Auf dem Markt ist das Volk versammelt. Es entsteht ein Rechtsstreit über die Sühnung einer Mordtat. Ein Schiedsgericht soll den Streit schlichten. Herolde mit Insignien, Altvordere, die auf geglätteten Steinen sitzen. Sie hören Rede und Gegenrede. Sie geben ihr Urteil. In der Mitte ein Geldpreis für den, der am geradesten, wie es heißt, Rechtssprecher. Streitschlichtung durch Urteilsfindung, also griechisch die Kazein, wirklich Urteilen oder Rechtssprechen, in einem dafür demarkierten, vorgesehenen Raum und nach gemeinsamen Regeln. Der Ort ist unspezifisch und kann also überall im homerischen Griechenland sein. Die Forschung nimmt den Gedanken auf und interpretiert ihn weithin als Beleg für ein einheitliches homerisches Recht. Das verwundert Sie nicht, weil Sie auch die Begriffe der homerischen Religion kennen oder die homerische Polis kennen und die anderen homerischen Phänomene, die wir mit dem Namen des Dichters verbinden. Nun hat ohne jeden Zweifel das homerische Paradigma viel für sich. Es ist aber gleichzeitig auch mit schwerlastenden Problemen behaftet. Zum einen, unklar ist in einer solchen Figur, wie die vielen vorhomerischen Rechtsordnungen sich zu dieser Ordnung verhalten haben sollen und über sie hinaus gewirkt haben. Zum anderen ist die Vielfalt griechischer Rechtskultur und griechischer Kultur insgesamt zur Zeit Homers, also in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts vor Christus, so prononciert, die Vielfalt so stark ausgeprägt, als dass sie eine solche Einheit eines homerischen Rechts irgendwie plausibel erschienen ließe. Das ist kaum vorzustellen. Wir erleben also hier bereits bei Homer, würde ich konstatieren, eine eigenwillige Dichotomie von lokal kodierten Handlungswelten auf der einen Seite und einer dieser umwölbenden kulturellen Traditionen auf der anderen Seite. Ich komme darauf gleich wieder zurück. Aus all dem ergibt sich also eine konzeptionelle Herausforderung oder eine Konzept-Challenge. Wie sollen wir das Problem von Vielfalt und Einheit griechischen Rechts narrativieren? Das heißt schon rein sprachlich abbilden. Wie entwerfen wir ein analytisches Raster von Ordnungs- und Konzeptbegriffen, die Einheit und Vielfalt in Verschränkung zueinander stellen? Erst heute Nachmittag hatten wir eine Sitzung im Kolleg, die sich auch mit dieser Frage nicht auf Griechenland bezogen, aber auf das Kernproblem als solches beschäftigt hat, was ich gerne auch zum Anlass nehme, um noch einmal darauf hinzuweisen, dass dies ein offener Dialog ist, der sich entfalten soll in den nächsten Monaten, auch im Rahmen dieses Projektes. Naja, ein Weg, wie man sich dem annähern kann, ist, dass man die Kernbegriffe hinterfragt. Also Fragmentation oder Zersplitterung sind schwierige Begriffe, weil sie eine vorhergehende Einheit voraussetzen, die im Falle des griechischen Rechts, wie ich gerade eben versucht habe zu erklären, wahrscheinlich nicht gegeben ist. Pluralization, Pluralisierung, wir haben heute Nachmittag darüber gesprochen, ist möglicherweise besser, weil damit der dynamische Prozess einer Multiplikation von Legal Phenomena möglich und denkbar ist. Allerdings wird dabei erneut relativ abstrakt von einer Multiplikation ausgegangen, ohne dass die eigentlichen temporalen und spatialen Komplexitäten entsprechend abgebildet werden. Ich gehe deshalb mit Ihnen einen anderen Weg, den es nämlich, so wie ich meine, auch gibt, den Weg einer konsequenten Historisierung der Debatte und ihrer Gegenstände. Das heißt, jenseits der Diskussion von Rechtsgegenständen und Verfahrensweisen lohnt es sich, die Prozesshaftigkeit der Formierung der jeweiligen Gegenstände und Verfahren als solche in den Blick zu nehmen. Also die historischen Stränge verfolgen, die Einheit und Vielfalt miteinander in Dialog bringen, sie zueinander in Bezug setzen. Genau das möchte ich in der verbleibenden Zeit jetzt tun. Ich stütze mich dabei auf einige Bekannte und auf einige von Ihnen vielleicht weniger bekannte Quellenbeispiele. Gerade mit Blick auf ein diverses Publikum ist manches vielleicht basal, anderes ganz aha, neu. Das werden wir gleich sehen. Wiederum anderes Quellenmaterial ist noch gar nicht vollumfänglich veröffentlicht, was seinen eigenen Reiz hat, aber auch ganz eigene Probleme mit sich bringt. Das unmittelbar einschlägigste Beispiel einer horizontalen Vielfalt, wie wir sie im Glossar des Kollegen kennenlernen, einer horizontalen Vielfalt, sind die vielen politischen Satzungen aus einzelnen Städten. Hier eine der frühesten, die wir vorliegen haben, aus ungefähr 650 vor Christus. Eine Satzung für die Stadt Dreros, in der festgelegt wird, dass es einen Macht, einen Amtsinhaber, sollte ich besser sagen, gibt, und dieser Amtsinhaber für eine bestimmte Zeit die Privilegien ausfüllt, die Stadt zu leiten, die Aufgabe übernimmt, die Stadt zu leiten. Und er tut dies nach einzelnen Rechtssatzungen, die genau dargelegt sind in dem Gesetz, einschließlich der Strafverordnung, die im Falle von einer Transgression entsprechend greifen würden. Fälle wie das berühmte Kosmetengesetz aus Dreros sind zuhauf überliefert und dem einen oder der anderen von ihnen bestimmt auch bekannt. In der Sammlung, die hier auf der linken Seite angezeigt ist, von Reinhard Körner, herausgegeben von Klaus Hallow aus dem Nachlass Körner, von 1993 wurden seinerzeit entsprechend die gesamten Materialien zusammengestellt, die in diese frühe Rechtsfrage hineinspielen. 1993, seither hat es eine Fülle neuer Materialien, beinahe Jahr für Jahr gegeben, die aus den immer weiter um sich greifenden Grabungen in Griechenland neues Material zutage führen. Das war 1993. 2004 auf der rechten Seite haben Mogens Hansen und Thomas Heine Nielsen ihr berühmtes Polis-Inventar veröffentlicht, in dem sie von der Existenz von 1035 Polis ausgehen, ist gleich 1035 Rechtsräume. Das heißt, für uns wäre das der Multiplikator im Sinne einer lateralen Diversität 1035 verschiedene Einheiten. Horizontale, laterale Pluralität. Viele Rechtseinheiten nebeneinander. Daneben identifiziert das Glossar das Prinzip von vertikaler Pluralität, von vertikaler Ordnung, in der in einzelnen Rechtsräumen verschiedene Rechtsnormen nebeneinander stehen. In diesem Fall eine Opfervorschrift, eine Sakralsatzung, die exemplarisch über Kult- und Opfervorgaben informiert und entsprechend als Sakralordnung oder heute sagt man als Ritual-Norm, früher sprach ich von Leges Sacre auch, entsprechend das Verhalten der Gemeinschaft gegenüber der Gottheit definiert. Es gibt Rechtssatzungen im religiösen Bereich, die stehen neben politischen Ordnungen. Wie wohl die Griechen beides zusammen denken und integriert denken, sind diese Texte unterschiedlicher Natur. Das ist ein spannender Text, den Sie hier gerade eben an der Wand sehen. 2010 auf den Münchner und Londoner Kunstmärkten angeboten, von einer Person aufgekauft, seither verschwunden. Niemand weiß, wo der Text ist, aber er wurde veröffentlicht, immerhin. Und Sie erkennen unmittelbar in dem sehr stark fragmentierten Text, Sie sehen ja auch das Bild hier, in dem sehr stark fragmentierten Text, dass sich auf engem Raum eine Vielzahl von Opfer- und Kultvorschriften drängen, die verschiedene Orte betreffen. Und an jedem Ort wird ein eigenes und einzeln bestimmtes Opfer durchgeführt. Worauf ich hinaus will, ist mit diesem Beispiel zu zeigen, dass es neben den politischen und genuin politischen Ordnungsgesetzen einen ganzen breiten Bereich von sogenannten Leges Sacre gab, die das Verhältnis in der Religion in nicht Konkurrenz, sondern komplementär zum Politischen geregelt haben. Spannenderweise, das ist für uns wichtig, greift dieses Gesetz, von dem wir nicht mal wissen, wo es gefunden wurde. Wir kennen den Fundort bis heute nicht. Spannenderweise hat dieses Gesetz eine breite geografische Streuung und Sie sehen hier auf der Karte die einzelnen Orte, für die es Kultvorschriften erlässt. Das ist für uns wichtig und wir kommen darauf gleich nochmal zurück. Das Gesetz entstammt aus einem Ort, erlässt aber Kultvorschriften für eine Vielzahl von Orten, die sich über West-Arkadien verteilen. Eine Inversion dieses Prozesses kennen wir aus einem berühmten Kultgesetz aus Olympia, in dem allerdings beides zusammenkommt. Politische Organisation, politisches Tun, weil nämlich ein Amtsinhaber genannt wird und ein Strafverfahren für ein Vergehen im Heiligtum. Das Spannende an dem Text ist, wie ich gerade sagte, die invasive Pluralisierung von Rechtsordnung. Das heißt, der Text ist fest lokal kodiert, kommt aus Olympia und gilt nur für die Altes in Olympia, für dieses Heiligtum. Er ist also insofern tief lokal eingewurzelt, entfaltet aber erneut eine immense Strahlkraft, eine immense Breitenwirkung, weil er so viele Besucher im Heiligtum anspricht und weil er gegenüber so vielen Besuchern und Besucherinnen angewendet wird, die ihrerseits über dieses Verfahren informiert werden und die Kenntnis des Verfahrens in ihre entsprechende Heimatpolis mit zurücknehmen. In dieser Hinsicht funktioniert die vertikale und die horizontale Pluralität in zwei Richtungen, ausgehend und hineinkommend in die Gemeinde. Ortswechsel nach Mittelgriechenland, um genau zu sein, nach Theben und Boeotien, über das wir in der archaischen Zeit erstaunlich gut informiert sind, was das archaische Recht und die archaische Gesetzgebung angeht. Von Aristoteles wissen wir, dass ein gewisser Philolaos das materielle Recht der Thebaner geregelt haben soll. Er hat sich dabei gewissen Rechtsgegenständen zugewendet, insbesondere dem Familienrecht und dem Land besitzt. Das ist das, was Aristoteles hier zitiert in regard to various matters, among others, sizes of families' laws called to be adoption laws in order that the number of the cleroi might be preserved. Also es geht um die Größe von Grundbesitz, es geht um die Größe von Ländereien, die ihrerseits für den Status und die Statusreproduktion innerhalb einer Familie von elementarer Bedeutung sind. Interessant ist in dem Prozess und in dem Gesetz, das bei Aristoteles überliefert ist, aber noch etwas anderes. Bei unserer angestrebten konsequenten Historisierung der Vorgänge fällt nämlich auf, dass ein spannender Aushandlungsprozess stattfindet. Vielerlauf des Gesetzes hier umstande aus dem 7. Jahrhundert, das hat Hölkeskamp gezeigt. Und offensichtlich geht es dabei um die Verbindung von Familienrecht und Landbesitz. Wie viel Land notwendig ist, um den Status einer Familie zu erhalten. Gleichzeitig wird aber, wir befinden uns im 7. Jahrhundert, über das Gesetz als solches so etwas, was Emily MacKill eine Metajurisdictional Authority ausgeübt. Weil nämlich über das Gesetz als solches überhaupt erst einmal ausgehandelt und diskutiert wird, wer über Landfragen entscheidet, wer die juristische Autorität darstellt und wie Land und Gesetzgebung im komplexen Prozess der Formierung der Polis zueinander gehören. Und also zu Beginn dieses Prozesses weniger deutlich gewesen sein dürfte, welche Rolle die Polis hat, wenn es um die Frage von Landbesitz geht, während nach diesem Gesetz die Polis sich als kollektive Einheit durchgesetzt hat in der Regelung solcher prekären Fragen, die wiederum von kommunaler Bedeutung sind. Weil sie ziehen den Kreis der Teilhabenden. Metajurisdictional Authority, sagte Emily MacKill. Über das Land, und darum geht es ja, das ist die Rechtsmaterie, über das Land schreibt sich also der Prozess des Aushandels von juristischer Autorität in die Gemeinde hinein. Vor wenigen Jahren hat dieser Sensationsfund aus dem Heiligtum des Herakles in Theben die Vorgänge weiter für uns erhält. Es handelt sich um eine Bronzetafel aus wahrscheinlich dem späten 6. Jahrhundert, die davon kündet, dass unter anderem, wahrscheinlich wurden verschiedene Rechte vergeben, unter anderem eine Propraxia und es geht irgendwie um Kinder. Ich mache das mal für Ihr epigrafisches Auge sichtbarer. Sie sehen wenigstens die Pidesi in der ersten roten Zeile oben, die Kinder, um die es geht, die dort als Nachkömmlinge entsprechend genannt sind und die Propraxie ist in der Zeile darunter genannt. Also irgendwie werden besondere Privilegien in dem Text diskutiert, die so etwas wie die englischen Herausgeber haben gesagt, Propraxia is priority in negotiations or in having financial demands fulfilled. Wir haben die Debatte darüber bereits intern eröffnet, was das sein soll genau. Wirklich spektakulär an dem Text? Kommt davon, was Sie interessieren, wenn Sie nämlich Propraxie als wirklich spektakulär erachten, dann ist das Ihr Highlight. Wirklich spektakulär an dem Text sind die beiden unteren Zeilen, wo Sie noch den Namen eines einer Person, die als Tebaios, als Tebana ausgewiesen ist, erkennen können. Ein Tebaios ist das hier. Und hierunter heißt es Boiotarchontos, also im Genitiv einer, der gerade eben Boiotarch ist. Das ist spektakulär für all diejenigen von uns, die sich mit griechischen Bundesstaatlichkeiten und bundesstaatlichen Phänomenen beschäftigen, weil das die früheste Bezeugung dieses Amtes in den Inschriften überhaupt ist. Da haben wir das Amt im ausgehenden sechsten Jahrhundert. Bis die Inschrift zutage kam, hat man immer diskutiert, wie weit denn dieses Boiotarchenamt zurückgeht. Und diejenigen, die dafür argumentiert haben, dass das mit Sicherheit eine ältere Tradition in Boiotien haben muss und die deshalb häufig kritisiert wurden für diese Haltung, die freuen sich so wie ich jetzt auch, dass es dann diesen Beleg gab, der natürlich auch für die größten Zweifler deutlich gemacht hat, dass es das Boiotarchenamt mit Sicherheit schon im sechsten Jahrhundert gegeben hat, auch über alle anderen Erwägungen hinaus. Das Boiotarchenamt ist in dieser Inschrift erwähnt und es verweist uns damit, davor ist ein Tebaner, also jemand aus der Stadt und dann kommt plötzlich der Bund, beides in zwei Zeilen und es verweist damit auf ein interessantes und lebendiges Spannungsfeld von Polis und Koinon zwischen der Stadt der Tebaner und dem Boiotischen Bund, der also offensichtlich im sechsten Jahrhundert bereits so ausgeprägt war, dass er zumindest weite Teile, das ist die spätere Ausprägung ab dem fünften, vierten Jahrhundert, dass er weite Teile Bootiens in eine politische Ordnung überführt hat, der Region eine militärische Grundstruktur gegeben hat, und über das Amt der Boiotischen nicht nur in der Stadt Durchsetzungskraft hatte, sondern sich jetzt auf die gesamte Region, die Theben umlagert und weit darüber hinaus, die gesamte Region erstreckt hat. Ein spannendes Ausgreifen in politischer Hinsicht über die Stadt Thebens hinaus und bezeugt für uns in jedem Fall jetzt als frühester Beleg in der Boiotischen Inschrift aus Theben selbst. Ebenfalls aus dem Kontext von jüngsten Grabungen gewissermaßen stammt eine Reihe von weiteren Dokumenten aus der Stadt Theben, die Sie heute im Museum in Theben sehen können. Das ist die Vitrine, die ich fotografiert habe auf der rechten Seite und die bis zum heutigen Tag nicht veröffentlicht sind. Spannende Rechtstexte und Verträge, mindestens drei sind ausgestellt, die bislang vorpubliziert sind und über die Vorpublikation Eingang in die wissenschaftliche Debatte gefunden haben. SEG, diejenigen von Ihnen, die mit den Abkürzungen nicht vertraut sind, ist unser wesentliches Publikationsorgan für Inschriften, Neufunde, griechischer Sprache jedes Jahr. Also was im SEG steht, das ist dann da. Da wurde es nämlich angezeigt. Spannend ist der längste und obere Text, den ich wenigstens bei aller Unwägbarkeit, die sich nach wie vor mit ihm verbinden muss, den ich wenigstens kursorisch mir mit Ihnen gemeinsam ansehen möchte. Die Bronzetafel ist beidseitig beschrieben und enthält, das haben die ersten Kommentierungen der Leute ergeben, die sich mit den Texten beschäftigen durften. Sie enthält verschiedene Einträge. Erneut geht es um Landlose. Es geht erneut um parzelliertes Land, wobei jeweils der Eigentümer die Lage des Landes und die Größe des Landes verzeichnet sind. Mindestens acht Eigentümer sind genannt. Manche davon besitzen Parzellen in unterschiedlichen Regionen. Die Regionen sind, wie ich gerade eben gesagt habe, entsprechend im Text markiert und wenigstens an den fettgedruckten Stellen für uns auch lokalisierbar. Wir wissen, wo das ist. Gleichzeitig im unteren Teil nennt das Dokument eine sogenannte Bolar, eine Ratsversammlung der Tebaner. Ein Amt, das oder eine Gruppe, die als Partidoi, als wahrscheinlich Agenten, als Verkäufer in dem Fall agieren. Eine Gruppe von Prorarchoi unter einen sogenannten Oligos. Jemand, der ein besonderes Amt, das kennen wir gar nicht bislang, kennen wir nur aus diesem Text, noch nie gehört, doch möglicherweise nur einen einzigen Vergleich aus Olympia dafür. Erneut geht es also in dem Text um Landbesitz, der weit gestreut zu sein scheint. Es geht um Größen von Ländereien und es geht möglicherweise um Nutzungskosten. Dazu kommt eine ganze Phalanx lokaler Ämter und Institutionen, die erneut das hohe Maß an horizontaler Pluralität des griechischen Rechts verraten. Gleichzeitig stechen verbindende Gemeinsamkeiten mit Gesetzen aus anderen Städten hervor, mit denen sich also sowas wie ein griechisch kulturell geprägter Horizont ergibt. Und zwar in den Vorschriften wie in den Verfahren gleichermaßen. Ein Jungtim zwischen Landbesitz und Bürgerstatus, die Verschriftlichung von Sanktionen, die Veröffentlichung eines Textes im Heiligtum und so weiter. Ich hatte gerade eben gesagt, dass wir die meisten dieser Orte kennen, die in dem Text ausdrücklich benannt sind. Ein Ort liegt ungefähr 30 Kilometer nördlich von Theben 25 Kilometer bei Klar in der Nähe von Klar. Ein zweiter liegt südöstlich von Theben im Asopostal ungefähr 15 Kilometer. Ein dritter liegt weit westlich die Koppeisroute entlang bei einem Ort der Korone im großen Heiligtum das wir dort kennen und der Ort ist als solcher identifiziert in der Inschrift. 45 Kilometer. Das Gesetz aus Theben wirft also ein weites Geltungsnetz aus. Darf ich noch Geltungsnetz sagen? Nein, ich weiß nicht. Es wirft ein weites Netz aus. Nach Bootsien hinein und über gewissermaßen weite Teile der Landschaft hinweg. Wir haben einen ähnlichen Prozess gerade eben bereits kennengelernt für das akkadische Kultgesetz, das aus einem Ort aber Gültigkeit, Anwendung für sich in Anspruch nimmt, weit über diesen einzelnen Raum hinaus. Und erneut sollten wir nicht nur auf die Rechtsmaterie blicken, wie wir es zuvor unterschieden haben, auf die Rechtsmaterie auf der einen Seite, ja, darauf blicken, aber nicht nur allein, sondern auf die meta-jurisdiktionelle Autorität auf der Satzung. Der Satzung auf der anderen Seite. Das Thebanische Gesetz, das Stadtgesetz, greift in andere Räume ein, es erhebt insofern einen Anspruch auf Gültigkeit, Anwendbarkeit, Rechtssicherheit über den lokalen Raum der Stadt hinaus. und dass der Text dann auch noch ausdrücklich das höchste Bundesamt benennt, den Beuotarchen nämlich, unterstreicht genau diesen translokalen Anspruch. Ja, das macht ihn ja so richtig dreimal dick unterstrichen. Dass hier eine Verwebung von Rechtsräumen stattfindet, wobei ein Stadtgesetz Anwendung findet in Räumen, die weit außerhalb der Polis liegen und auch weit außerhalb dessen, was wir so den tagtäglichen Bewegungsradius identifiziert haben in Griechenhals. Das liegt weit darüber hinaus. Wir sehen also ein praktisches Interface in dem Gesetz hier zwischen lokalem und translokalem Recht, zwischen Vielfalt und Einheit, einen einzelnen Moment oder einen einzelnen Akt der Herausbildung eines regionalen Rechtsraumes, weil das Gesetz Rechtssicherheit nicht nur entheben, zumindest reklamiert, sondern auch 40 Kilometer außerhalb im Westen der Stadt gelegen etwa. Ein Moment der Herausbildung von Rechtsräumen. Aber tatsächlich müssen wir mit Hunderten solcher Akte rechnen oder mit Tausendfachen solcher Akte, wenn wir Hansen und Nielsen und dem Multiplikator von 1035 folgen. Also ein stetes Rechtshandeln, das Hundert, wenn nicht tausendfach von der archaischen Zeit in die klassische Zeit hinein lokale und translokale Räume miteinander verschränkt und Akte denen bei der Befruchtung rechtlicher Ordnungsräume somit zentrale Bedeutung zukommen. Der Vorgang ist als solcher bemerkenswert und für unser Verständnis von Einheit und Vielfalt wichtig. Nicht aus Eitelkeit, diesmal nicht aus Eitelkeit, sondern wegen der schönen Grafik, die Michael Thieke entworfen hat. Michael Thieke war langjähriger Mitarbeiter an unserer Forschungsstelle der historischen Landeskunde der lange mit Herrn Funke gearbeitet und hat für unseren gemeinsamen Band unter anderem auch das schöne Cover entworfen. Nicht aus Eitelkeit zeige ich Ihnen das Cover, sondern weil das Cover etwas abbildet, was uns damals auf politischer Ebene, also politikgeschichtlicher Ebene bewegt hat. Nämlich darzustellen, dass das Phänomen, das wir in unserem gemeinsamen herausragenden Band bearbeiten wollten, dass das ein pangriechisches Phänomen ist, das mehr oder weniger das gesamte griechische Mutterland abdeckt. Und so sehen Sie alle Regionen der sogenannten griechischen Bundesstaaten in dem Cover eingefärbt. Boazien ist hier in der Mitte. Wenn ich zurückgehe zu meiner einen Inschrift, die als einmaliges Belegexemplar einen Prozess für uns vor Augen führt und plastisch macht, der so in Theben vielfach stattgefunden hat, aber so auch in anderen Bundesstaaten stattgefunden hat, dann sehen wir hier möglicherweise exemplarisch, wie griechisches Recht in der archaischen Zeit zwischen lokalem, regionalem und pangriechischen Diskursen sich entfaltet, weil nämlich ganz Griechenland im Prinzip abgedeckt ist. Und dabei spreche ich gar nicht von Athen und dem athenischen Sendungsbewusstsein auch im rechtlichen Bereich. Das funktioniert auch ohne Athen, das Argument. Mit Athen funktioniert es noch besser, aber es funktioniert auch ohne Athen. Unser kurzer Streifzug durch die Kategorien von Rechtspluralität einerseits und konkreter Rechtslage im archaischen Themen und im Boazien andererseits ergibt damit also für uns ein besonders komplexes Bild. Das Bild einer rhizomatischen Verflechtung von Diversität und von Pluralitäten im Sinne des E4-Glossars vertikale und horizontale Vielfalten. Ganz klar, die haben wir kennengelernt in den Gesetzen aus Arkadien, in den Gesetzen aus Treros. Sie haben die Beispiele gesehen. Aber gleichzeitig noch viel mehr Pluralität. Ich erinnere nur noch einmal an die sogenannte invasive Pluralität oder an diagonale Pluralitäten, die quer durch ganze Regionen der Bundesstaaten entsprechend sich spannen. Vielfalten, die wir hier also kennengelernt haben, sind unterschiedlicher Natur und sie finden alle statt und sind begleitet von einem Hintergrund von historischer Bewegung. Das ist das wichtige Kernmerkmal des Scyzoms. Scyzom wächst ja immer weiter. Es breitet sich aus, sowohl im Inneren wird es stärker, als auch es wurzelt nach außen. Also eine historische Bewegung hin zu lokaler Idiosynkrasie, Stärkung des lokalen Rechtsraums und Ausprägung der Gemeinsamkeit und zwar zur gleichen Zeit. Wir haben heute Nachmittag über das Problem der Stoßrichtungen und Intentionalitäten gesprochen. Es geht um die Gleichzeitigkeit dieser Prozesse, die sich eben nicht gegenseitig ausschließen, sondern im engen Dialog miteinander stehen und stattfinden vor dem immer fortwährenden Rad der Zeit. Unsere Aufgabe ist es nicht, wie ich meine, dieses Rizom zu entwirren. Unsere Aufgabe sollte es sein, dieses Rizom analytisch zu greifen und unsere Befunde anschließend in ein Narrativ zu gießen, das just dieser Verflechtungsstruktur gerecht wird. Damit ist wieder einmal alles mit allem verwoben, diesmal sogar rizomatisch. Am Ende regiert Nomos, sei es nun in Einheit oder in Vielfalt, das wusste bereits Pindar, der diesen Grundsatz übrigens nicht allein mit Blick auf das griechische Recht, sondern auf die Geschichte und Kultur der Griechen insgesamt formuliert hat. Und damit schließe ich für heute Abend. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.